Früher war ich jemand wahnsinnig ängstlich. Ich habe mir über alle Sorgen gemacht. Ein Geschäft aufzubauen und zu investieren hat mir erlaubt, neue Gewohnheiten und neue neuronale Wege zu schaffen. Es gibt drei Dinge, die ich tue, um den Zweifel durch Glauben zu ersetzen. Was ganz Simples und es hat mir sehr geholfen. Aber vorher noch den Satz, den ich mir immer sage, falls du es versuchst und du scheiterst, was hast du dann zu verlieren? Schlimmstenfalls kommst du an den Anfangspunkt zurück. Und jetzt zu den drei Dingen. Erstens, ich schreibe mir alles auf, was passieren könnte. Ich schreibe mir alles auf, was schlimmstenfalls passiert. Zweitens, ich schreibe mir zu diesen Problemen Lösungen auf, so detailliert wie möglich. Und drittens, sobald ich das aufgeschrieben habe, gehe ich raus, ich gehe spazieren, gehe eine Runde schwimmen, gehe ein paar Körbe werfen. Auf jeden Fall lasse ich alles stehen und liegen und bewege mich. Du wirst sehen, dass er setzt den Zweifel durch den Glauben. Und schlimmstenfalls, falls du scheiterst, bist du wieder dort, bevor du es versucht hast. Das ist alles. Das ist alles. Bis zum nächsten Mal.